Schleicht da jemand um hier? Berecht ihm die Arme! Haben Sie gerade etwas gesagt? Vielen Dank, Waldläufer! Halte den Sklaven auf! Ich dachte, wir werden hier abgehen! Und auf einmal kriege ich den Befehl, noch mehr Vorräte zu packen! Vermutlich werden wir los zu uns! Ach! Ach! Lass ihn uns gemeinsam angeiten! Lass ihn uns gemeinsam angeiten! Ach! Lass ihn uns gemeinsam angeiten! Es ist der verdammte Tag! Ich glaube, da hat sich etwas befreit. Wahrscheinlich nur Ratten. Zurück an die Arbeit und hört auf zu reden! Muss abgehauen sein. Was ist das, was du mit dem Fall geschaut? Ich werde den Schrauben mit auf den Schrauben befreit. Höre, Höre! Was ist das jetzt? Nein, ich habe den Schrauben! Ich habe den Schrauben hier. Gut, ich habe den Schrauben hier. Ich habe mich gut. Halt! Holt euch die Verzeckse dich nicht! Halt euch die Verzeckse dich nicht! Halt euch die Verzeckse dich nicht! Halt euch die Verzeckse dich nicht! Hau dir meinen Stahl! Nein! Genug! Der Schlafe läuft davon! Das ist das Ende! Ja, Mensch! Ich habe keine Angst vor Karagor! Der Nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten! Ich möchte den Vorposten von Uto nie wiedersehen! Ich auch nicht! Da werden zu viele Sklaven durchgeschleust! Ihr habt recht! Sie werden alle woanders hingeschickt! Ein oder zwei Tage sind einfach nicht genug, um sie ausführlich zu foltern! Habt ihr das gehört? Schrapp! Der Waldläufer! Richtig! Nichts und niemand in ganz Mordor könnte unseren Häufling besiegen! Da hast du recht! Der ist eine harte Nuss! Bald kommt er auch hier vorbei! Hoffentlich mit dem Kopf des Grafwanders! Was ist denn der? Dummer Kerl! Du! Du willst entkommen? Lauf beim nächsten Mal direkt nach Gondor! Du hast keine Vorstellung von meinem kleinen Waldläufer! Denkst du, ich hätte den schon vergessen? Das mit dir, du nichts! Vernichtet den Trug! Friss Schrak und stirb, Bleichhaut! Ich habe keine Ahnung, wie viele Ghule ich schon erledigt habe. Ich weiß nur, dass ich sie nicht leiden kann. Jetzt leidest du! Schleicht hier jemanden! Und Sklavenhaut ab! Muss ich mir wohl eingebildet haben. Ich sehe den Waldläufer! Schleicht dich schon aus! Halte den Sklaven auf! Blut und Leid! Beide ich! Blut und Leid! Geh! Naga, die Pest! Verfluchte Menschen sind zu dumm, einen Graben auszuheben oder gerade vollzulaufen. Halt den Mund an der Arbeite, sonst bekommst du weitere Schläge. Luga Endlich treten! Treffen wir uns und du erfüllst meine Erwartungen. Ich habe dich unterschätzt, dieses Mal. Halt den Mund an der Arbeite! 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 Haben die Menschen gefragt, ob sie etwas Grog wollten? Der Grog reicht nicht einmal für uns. Wozu tust du das? Damit ich die Hoffnung in ihren Augen schimmern sehen konnte, bevor ich sie ihnen ausgestochen habe. Warte, ich rieche etwas. Ich rieche etwas, ich rieche etwas, ich rieche etwas. Hol Verstärkung! Ich rieche etwas, ich rieche etwas, ich rieche etwas. Wir sind beschäftigt. Stör jemand anderen!